In diesem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Altona wurden heute durch Zufall vier Leichen gefunden. Feuerwehrleute, die einen Zimmerbrand löschten, entdeckten zwei verstümmelte Frauenleichen in Plastiksäcken. Sie waren in einer Rumpelkammer und auf dem Dachboden versteckt worden. Bei den Aufräumungsarbeiten stieß die Mordkommission auf eine weitere weibliche Leiche. Die vierte, das Geschlecht ist noch unbekannt, lag hinter der Küche. Die Polizei vermutet wegen der Zerstückelung dieser Leichen Sexualverbrechen. Der Tatverdächtigt ist der 40-jährige Fritz Honka. Der Tatverdächtigt ist der 40-jährige Fritz Honka.